Der Begriff Archie Communitaire bedeutet übersetzt so viel wie gemeinsamer Besitzstand. Im Zusammenhang mit der Europäischen Union bezeichnet er alle Rechte und Pflichten, die für jedes Mitgliedsland verbindlich sind. Wie du dir vielleicht schon denken kannst, ist mit dem Besitz kein physischer Besitz gemeint, sondern vielmehr die Gesamtheit der Rechtsvorschriften und Pflichten, die für EU-Länder verbindlich sind. Es stellt also quasi das Regelwerk der EU dar. Bevor ein Land der EU beitreten kann, muss es als Voraussetzung alle Elemente des gemeinsamen Besitzstandes annehmen und in nationales Recht umsetzen. Du weißt nun also, dass der Archie Communitaire den gemeinsamen Besitzstand der EU darstellt und die Gesamtheit der Rechtsvorschriften beschreibt. Achso, und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, dann mache ich noch mehr davon.